Hey Internet und YouTube, zurück bei Slipping. Okay, wir müssen reinen Gewinne gegen... Ich weiß nicht, weil ich muss wieder die Frauen hier beeindrucken. Es kotzt mich an. Können wir nicht einfach nur nach Hause bringen und Kaffee trinken. Gute ist immer diese Testosteron-Quatsch-Spielchen hier. Ja, das fängt ja schon gut an. Das fängt ja schon gut an. Was? Sweet! Du weißt, wie zu fahren. Ja, ich weiß auch, wie zu fahren, Baby. Was ist denn alles unter Kontrolle? Oh, so schön, schön! Danke, 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 danke! Wenn du durchfraust, kann ich andere Dinge auch so gut wie Auto fahren. Ach so. Da kommt doch jemand von hinten. Ja, die. Diese blöden... ...ternen, die mich immer hier... Oh mein Gott, mein Feuer ist so schnell! Guck jetzt, verrückt. Ist das die Polizei? Ja. Das ist verdammt eng hier! 56, das dauert ewig, das dauert ewig! Komm schon! Guck doch, hab ich hier nicht den Turbo-Boost! Wow! Was? Ja, Gott sei Dank, geh aber hier rein! Nicht crashen, meine Freunde! Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ich bitte halt einfach nur die... Bin ich richtig? Gott sei Dank! Ich hab nen Vorsprung... ...und... ...erreich... ...eine... ...uneinholbar? Okay. Nicht reden. Denken. No, no. Besser reden. Nicht denken. Das war easy! Das war komplett easy! Mit was für einem unglaublichen Vorsprung er ins Ziel rauskommt. Oh mein Gott, mein Herz ist so schnell! Great! Stattige Hände! Ich muss euch das geben! Ha! Oh, geh einen Raum, YouTube! Oh, shit! Die Polizei! Oh, oh! Jetzt geht... Oh, Cops! Perfekt! Steigen sie wieder in das Auto. Warum bin ich überhaupt... ...ausgestanden. Das war nur... ...kleine Macht! Er wird soziplin! Ah! Das... ...blöd gelaufen, Ladies! Andere Seite! Ich muss andere Seite! Ah, no! Space! Ich hab's vergeigt! Das war der Unfall! Oh mein Gott! Weil ich über das blöde Auto... ...und dann kam das andere Auto... ...und dann hat es mich total verwirrt... ...und... ...das zählt nicht! So, jetzt bitte keine... ...Slide-Experiment! The Police! The Police! Are they after us? Oh, no! Don't worry! It'll be fine! Yeah, it'll be fine! Don't worry! Alles wird... ...wunderbar! Love and the first time. Oh. Every day we'll be alright. Doesn Она! Together... ...forever... ...時候半 Conversation. ... словom ä és... Dramatizinci Gefühl... Oh, he lost them, thank God. Nice work way. You're driving us home, right? Of course. Well, unless Sandra has some other exciting plan. Nah, I'm all excited out. But you can take me for a drive anytime. Well, I might just take you up on that. Oh, get a room, you two. I think that's a bit later. Oh, you are a confident bastard. I like that. But I'm promising nothing. You take me racing and we'll see if you have what it takes. What? Oh, that's it, just over there. What? I've just lost it. What's that, Sandra? Don't do this. Don't stop me, Sandra. I'm sorry to play with my feelings. Das macht mein neues Polo. Thanks. Vivi, give way my number and tell him he can take me out on a second date. Sandra. Sandra says you can take her on a second date, if you want. Yeah, I got that. Thanks. Thanks for taking us out today. It was my pleasure. Keine Küsse? For Mr. Polo and his Gold Cat? Okay. Ey, ich wollte auch keine. Da war ein Schrein. Danke, dass ich jetzt weg bin vom Schrein. Echt super. Jesus Christ. Wie viele Wohnungen habe ich jetzt hier schon? Das ist ja doch, das ist ja die Beste jetzt. Das ist meine neue Lieblingswohnung. Oh mein Gott. Hatte ich noch keinen Kennedy da? Anscheinend nicht. Oder ich hatte hier noch nichts erledigt. Ach, was weiß ich. Das ist großartig. Jeder Sniper kann mich hier abschießen. Denken die überhaupt nicht mit. Okay. Und jeder kann mir beim... Zusehen. Schlafen, meine ich. Wie sieht das hier aus? Jede Menge Platz in der Dusche. Hier kann sich Sandra fest... Okay, lassen wir das. Es tut mir leid. Ja, tut. Diese Anzüglichkeit. So, es hat geklingelt, oder? Oder wie? Sandra! Hyäne? Was ist das? Was ist das? Hallo? Eliana? Ja, wer ist das? Es ist Wei. Du hast mir dein Nummer an K-Bar gegeben? Ich erwartet nicht, dass ich tatsächlich kenne. Wirklich? Ich würde gerne zusammenhängen. Du frei? Ja, ich bin jetzt ein bisschen zu arbeiten. Kannst du mich auf der K-Bar treffen? Ja, sicher. Ich sehe dich da. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ich bin anscheinend. Habe ich nichts neues gewonnen hier? Gib mir den Panzer. Geh, dich zu dir selbst. Ja, ich will. Ich freue mich immer. Ich freue mich immer. Unter meinem Bettdeck. Was ist denn hier los? Komm, ich muss es dauern, um das einlegen. Und zwar, wie ich hier mit dem Panzer am besten in die Kurve bin. So. Ich muss mal was zum Mann ziehen. Zum Mann ziehen. Komm, so. Die Idee ist, hier ist was grünes, aber ich will nichts grünes jetzt. Was ist grün? Was steht hier? Pech? Okay. Zeig, was du kannst. Da war doch noch was anderes. Illana schwitzen lassen. Ich kann nichts. YouTube... Das klingt alles so... Pfui. Moment hier. Es blinkt was. Kurze Moment. Ihr habt keine Ahnung, was da drinnen ist, oder? Mann! Das war zu viel Spaß. Oh mein... Oh mein... Oh mein Gott. Mach voll Quatsch. Nicht nochmal. Klik, 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 klik. Was war das von hinten? Du kannst nicht mal in dein Hemd zuknöpfen. Dick. Ja, das war völlig umsonst. Könntest du umfallen? Ich erwähne euch jetzt als erstes. Ist völlig gut. Hahaha, lächerlich. Okay, und die Wand auch noch, weil sie mich ankotzt. Du liegst auf meinem Tresor. Nur so nebenbei. 1 von 15 in Gennetita. Ich dachte, ich wäre hier... Okay, wo ist hier was zu machen? Und noch einen Moment. Oh noch einen Moment. Oh, noch einen Moment. Hier ist nur eingeschafft. Und so put... Tick. Oh, die nächste Part haben... Iliana schwitzen lässt. Was? Das ist auch immer wahrscheinlich im Bett, wenn der Sauna beginnt? Das könnte der Tumult untersuchen. Meine Güte, wenn ich schon hier bin, 60. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Er zerstört alle meine Sonnenblätter. Ich werde ihn raus. Komm her. Komm her. Komm schon. Du klingst nicht betrunken. Gehen sie zum Laden zurück? Was ist das Falsche? Du wirst einfach warten, bis meine Mutter hört es. Ist das ein Falsche? Okay, lass ihn los. Warte, lass ihn los. War das ein Falsche? Du klingst doch nicht so betrunken. Was ist? High Five, oder was? Wer macht jetzt die Sonnenbrille kaputt? Ich verstehe es nicht. Ist das ein komplett anderer Laden, oder? Echt Idiot. Wer ist das jetzt wieder? Was willst du? Cool. Hallo? Was? Ähm. Das ist hervorragend jetzt, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus. Was geht's hier? Es sieht doch nicht so aus, es würde hier Sonnenbrillen sein. Ähm. Kehren sie zum Laden zurück. Okay, lass es gut sein. Ich hab's verkeilt. Ich will jetzt nicht zum Laden zurückkehren. Zuerst zieh ich mich um. Ich hab mich verschaut. Keine Ahnung. Soweit ich will mich nicht, ist mir völlig wurscht der Laden. Komm. Komm. Ich hab einen kurzen Cut gemacht, weil ich die Boutiques abgefahren bin. Und... Ich hab mich eigentlich nur umgezogen für das Treffen für Iliana, was wir im nächsten Part haben. Und äh... War das ziemlich unspektakulärbar. Und wenn ich wieder mal durchgesehen habe, hab ich das raus. Also dann, Vorsicht! Wir sehen uns im nächsten Part bei... Iliana. Vor euch hin. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss! Wanns doch Werner bist du mit dir? Wie ist das? Ja. Alles Ao Auftrag der Gewケilte. Wie��. Wiest du? Es ist ermittig.